Das ist Sora, die neue Software von OpenAI, die Video aus Text erstellen kann. Die Videos, die ich jetzt hier zeige, sind tatsächlich nur mit einer Textangabe, also einem sogenannten Prompt, erstellt worden. Hier zum Beispiel eine stilvolle Frau, die durch die Straßen von Tokio geht. Oder hier historische Aufnahmen aus Kalifornien, aus Zeiten des Goldrauchs. Oder was haben wir hier noch? Eine wahnsinnige Abfahrt mit einem Land Rover, der hier durch eine Gebirgslandschaft, durch einen Pinienhain hinunterrauscht, über eine Schotterpiste. Oder wir haben hier den Besuch eines Museums, einen Rundgang in einer Kunstgalerie, die schöne Kunstwerke ausstellt. Und hier haben wir einen Übersprung zu diesem Chamäleon, das hier im Hochformat auf Beute aus ist. Das Ganze nennt sich Sora. Das ist die neue Software von OpenAI, die aus Text, aus Sprompt, aus Sprache ein Video erstellen kann. Das ist die neue Software von OpenAI, die aus Text, aus Sprache ein Video erstellen kann. Das ist die neue Software von OpenAI, die aus Text, aus Sprache ein Video erstellen kann.